Schwert ist auf der anderen Seite. Dorfbewohner sagen, dass es auf dem Grund des Sees ein Versuch verlastet. Und da ich nicht schwimmen kann, werde ich das nie schaffen. Aha. Oh, eine Kiste. Ich bin ein Fisch. Da, ich habe nicht gedacht. Etwas hat definitiv aus dem Wasser fallen. Okay, das geht ganz gut. Aha. Da muss irgendwie die Seerose sein. Kann man den mal zurückbringen oder? So, doch hier. Aha. Sehr praktisch. Drei Schuss. Aber, woher kam es aus? Sieht aus wie die königliche Truhe aus dem Versuch der Rotat. Was? Ein Monoke. Das Monoke. Es gehört zu dem König. Es sieht aus, es sieht zerbrochen aus. Was? 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 Das Gutes? Echt? Ich habe eine andere Glitchy objekt. Ich besechte was, was diese Welt passiert. Der Monoke Buy nennt die Sprite und die Hammer schrifft sie. Sehr interessant. Diese zwei Tools werden sehr mühärlich als wir über diesen Welt哪裡en. Und wir müssen die Beine rüber. Ich habe schon so eine Idee. Jetzt beide zurück. Und drüber hier. Fantastisch. Und da haben wir das Schwert. Das legendige Schwert des Lebens. Es ist schön. Ich hoffe ich bin so nervös. Es ist ein Schwaches auszuziehen. Er ist nicht würdig. Steht fest. Ich kann fühlen wie sich das Schwert bewegt. Du kannst ihm eine Hand geben. Ich werde das Schwert kleiner machen. Ich nicht. Das Schwert hat sich bewegt. Ja, schau es an. Ich habe es nicht mit dir gesprochen. Das Schwert zerbrochen. Ich habe es kaputt gemacht. Unglaublich. Weißt du was das bedeutet? Wahrscheinlich. Es bedeutet auch, dass du nicht das Schwert des Lebens bist. Wir wissen. Ich werde nie in der Lage sein. Die Prozesse aus den Fängen des Darken Dungeons zu befreien. Deswegen. Wenn diese Schwert nicht die Schwert des Lebens ist. Wo könnte sie sein? Oha. Hallo. Nur Jerome. Sorry. Falls ich es nicht so lange überlesen habe. Ich habe nicht auf den Chat geachtet. Ich weiß nicht wie lange ist das jetzt her. Wie lange habe ich dich ignoriert. Bestimmt ein bisschen. Ähm. Was werden wir mit diesem schwertigen Schwert machen? Können wir es als Werkzeug nutzen? Tja. Ja. Und jetzt die motiviert. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nur was schmieden. Oha. 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 Die Feder hin raus nehmen. Oha. 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 Ah, da können wir irgendwas dazwischen machen. Jetzt haben wir nur... Ich weiß nicht. Meißeln? Haben wir Meißeln? Können wir damit jetzt... Können wir etwas Meißeln? Äh... Die Sonne, ich weiß schon. Das haben wir eigentlich schon gemacht von selbst. Aber nun... Was machen wir jetzt damit? Ach so, jetzt können wir das Schwert los schrauben. Du hast einen anderen Interface-User verbrochen. Den Energiebalken. Der Ding Game steht im Vordergrund. Alles cool. Ja. Ich habe schon wieder verlassen. Das Game ist... Spannend. Das ist... Ich muss dir Text vorlesen. Welches sieht aus... äh... genau... Ich werde es versuchen. Ja. Ich muss keine Büsche schneiden. Fast wie ein Zelda. Es funktioniert. Lass uns diese dämonischen Büsche... Zerschneiden. Ich kann es so schnell nicht lesen. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es tatsächlich absichtlich getan. Zeit zu sparen. Nicht schlecht. Was? Ähm... äh... Kennt man. Macht man jedem RPG. Um sich umbringen, um wieder in Hütte zu sein. Das muss doch so. Der Weg zum Dimension ist der beste Feind. Ach du Scheiße. Das ist einer der Wächter des... äh... Drückenden Lords. Jemand kommt hier vorbei. Ein Meister muss die Prophezeiung erfüllen. Wie original. Alles klar. Mal sehen, was diese Interfe... Diese Schwung macht. Weitere. Wir kämpfen. In gewissen Punkt. Ich hab schon ne Idee. Ich muss noch kleiner machen. Wir gehen größer machen. Wir machen größer machen. Das ist der längste Kampf. Jeho. Ich glaube nie zu erledigen. Mit dem Blatt passiert nichts. Wenn die Wächter klein machen und ihn groß. Das Wächter ist endlos! Wir müssen finden, wo wir von diesem Feind entfernen. Ich nehme die Feder hier an und rausklinge aus dem Mendenzau. Und den Schädel. Ich habe eine Zeit der Welt. Ich nicht. Ist es in der Inventorator, die uns helfen? Ich muss ihn klein machen. Okay. Das ist nicht gut. Wenn er klein wird, müssen wir ihn zurück bringen. Ein klein und ein groß. Und jetzt zack. Hm. Zeit Hilfe. Ja, das haben wir schon gesehen. Also müssen wir ihn größer machen. Ah. Okay. Ich habe eine Idee. Wenn er hier ist. Und vielleicht geht er. Wir müssen uns sorgen, dass der Bus aufhört. Jetzt haben wir die Feder. Der Bus. Da ist die Sonne. Nein, unser Held verliert noch. Ich komme jetzt vielleicht. Die Feder irgendwie. Einsetzen. Ja, sag ich doch. Die Feder können irgendwie einsetzen. Auch wenn du vicinity dann versuchen sie thought. Dass du es ausfurtst. Dann kann ich mich tramitieren. Die Feder ist verlinvestig. Das ist möglich. Ich habe es nicht盗t. Ja, damit geht es. Sie werden jetzt noch Extraktion. Die Feder des Schulden ist." das war jetzt so kitzeln hier dann dann der längste kampf der Ich habe gehofft das Wind der größte von den schlägsten dann Das kitzelig ist im Helden Ich habe gehofft das jetzt Ah ja Aha Und jetzt Mache ihn groß Ah Aha Ich stehe hier fest Jetzt wird die rosenblatt sinken Hoppla Hoppla Ich habe gehofft das Lillipad Jetzt gehen wir da noch hin So drüben sind wir Ich habe den nächsten Bereich geschafft Auf zum Tempel Es ist der Eingang zum Dimensionstempel Hier wird die Prozesse gefangen gehalten Ich sehe da was du nicht siehst Doch der Durchgang wird sich nicht öffnen So lange Wie nicht 12 Und 50 Was ist das Schau Schau Es ist eine Bombe Wir werden den Weg weg Ich werde ihn Ich weiß nicht Ok Die Texte sind viel zu schnell Bombe Das kommt Das kommt Vorsichtig Das sticht ein wenig Bis unsere Gesundheit hat reduziert Wir werden uns vorsichtig sein Ich werde die Fässer klein machen Dann können wir sie durch Läuft sie hier doch rüber Ja Verdammt Schnell durch Tja Das geht noch zu langsam Können wir mir helfen Wir müssen uns einmal die Bommel kleiner machen oder Wir müssen das alte drinsteTON wieder arbeiten Das ist doch kein Problem. Wir sind nicht da. So, da müssen wir... Nicht warten. Die Bombe war zu schwer. Ah, 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 ah. Die Bombe war zu schwer. Es tut weh. Ich will immer die Bombe kleiner machen wie... Gisten kleiner. Jetzt rennen. Tja, die Steine hatte kaum einen Kratzer. Die Explosion war sicherlich nicht stark genug. Wir werden nicht rausnehmen. Lass es wieder einmal machen. Komm! Komm! Na komm! Ach komm! Das kann auch so nicht gehen. Ich habe kaum etwas gespürt. Wir werden immer stärker. Okay, jetzt hier. Dann ist die Bombe. Und die Bombe dann wieder größer. Sobald sie liegt. Oh, verdammt. Das müssen wir besser teilen. Das müssen wir besser teilen. Verdammt. Es ist zu weit. Ich will das nicht normal gehen. Und jetzt hier. Geh durch. Geh durch, du blöd Mann. Verdammt. Es muss noch schneller gehen. Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Das wird doch so nix. Verdammt. Ich kann dich erst gleichzeitig machen. Verdammt. Aber vielleicht kann das schneller machen, wenn er größer ist. Verdammt. Zu früh. Jetzt ist er dran gestorben. Alter, das ist echt ein... Echt ein Ding hier. Ich verstehe was zu tun ist, aber es ist... Uff. Es ging bei hin. Was ist das denn? So, mach du mal. Dich müssen wir groß machen. Dich und nicht die Bombe. Verdammt. Verdammt. Dich macht groß. Die Kisten macht klein. Die Bombe macht klein. Ach komm, als ob er jetzt da rum geht. Ich hasse es. Kisten klein. Wenn dann wieder rechtzeitig groß. Wenn du ich hier... Mach doch keinen Umweg. Der kann da nicht durch, weil er... Zu groß ist. Ist doch nicht wahr. Na komm, renn. Wir sollen das was werden. Dann machen wir erst die Bombe klein. Sonst die Kisten. Damit du dadurch kannst. Das muss eine andere... Das muss noch ein anderes... Muss einen anderen Weg geben. Ach nein. Wenn du die Pässe... Ja, hab ich schon. Ich habe noch einen entscheidenden Hinweis. Okay. Jetzt hätte ich auch schon allein geschafft. Das ist brutal schwer. Das ist alles zu timen. Den Weg kurz zu machen. Ich habe ihn kurz zu ihm. Das ist halt... Die Hölle. Jetzt ist das Fass wieder groß. Jetzt macht er den Umweg. Und dann... Jetzt wird das mit der Bombe... Es ist... Das soll perfektes Timing sein. Die Bombe klein. Und Fässer klein. Jetzt geh da durch, bitte. Die Bombe wieder groß. Ja, danke. Wie ich geschwitzt habe hier. Hier geht's. Michael Bay hat ein Bedeutung. Holy shit. Dimensionstempel. Prinzessin? Prinzessin! Keine Prinzessin drin. Keine Dimensionale Vortex. Wir werden unsere Weg durch dieses Tempel arbeiten. Schalter? Oh ja. Dieser Schalter muss wohl die Tür öffnen. Vorsichtig. Ja. Es passiert nichts. Komisch. Hält? Wir müssen... Vielleicht eine Weile warten. Ich bin nicht sicher, es ist eine gute Idee, hier zu bleiben. Wie geht es darum, dass wir dieses Dungeon... langsam... sehr langsam... sehr langsam... Komisch. Geil. Wir müssen in... ... 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 das muss die türe sein alle schlangen klein machen und dann Das wird hier nichts. Oh, mehr Schlangen. Das ist nicht gut. Hier geht der Verloren des Verlorenenspiels. Hab ich noch ein paar mehr Schlangen? Hm. Keine Schlangen. Ah, Panzer. Nicht? Ah. Ich habe den Schalter gedrückt. Was ist passiert? Oh, das muss doch passiert sein. Okay. Große Schlangen gedrückt mit dem Schalter, aber... Ich muss eher auch groß werden. Die Schlangen groß und jetzt... Ich verstehe nichts. Ich habe die Schlange geöffnet. Du sollst hier direkt noch groß gedrückt werden. Okay. Ich habe die Tür geöffnet. Es hat nur ein wenig Geduld erfordert. Es hat nur ein wenig Geduld erfordert. Ja. Hm, ja. Da war noch ein Schalter. Wahrscheinlich eine Falle. Hm, ja, bestimmt. Wir kommen der Prinzess näher. Ich rieche... Ich glaube es ist wahrscheinlich aus dem Schalter. Der Raum ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Oh, komm mal. Ein großer Typ wie du. Außerdem ist es nicht komplett schmerzt. Du kannst ein bisschen sehen. Es ist eine lockte Busseleur. Ein Schalter. Ein Postbuss. Oh, oh. Nein, das ist meine. Okay. Oh, still. Ich werde die Weg für dich. User. Kannst du die Weg für ihn? Ich glaube ich kann die Sonne nicht bewegen. Das ist eine falsche Stelle. Ich weiß. Felsen muss entfachen Völkern. Angestell. Duirst noch mit der Sonne... die Sonne geraten. Ah, vielleicht kommen wir hier... Ah, natürlich. Natürlich... Warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen. Aha, so weiß er nicht. Als ob. Okay, die Sonne ist jetzt doch nicht die Lösung oder was? Aha, ich verstehe. Es ist nur genug und er benutzt um es anzuzünden. Vielleicht traut er sich dann durch den kleinen Strahl durch. So, hier. Können wir es jetzt guter machen? Aha. Was? Oh, sehr clever, User. Es muss natürlich groß bleiben, groß bleiben, groß bleiben. Okay. Was passiert jetzt hier? Es wird nachts. Okay. Schnell sehen wir nach. Geh zurück. Naja. Ja.